Rekruten Schwertweg Ruhe Frage, wie ist das Passwort? Was war an dem Wort Ruhe? Nicht zu verstehen. Herzlich Willkommen liebe Zuschauer! Heute beim 2. Leibregiment zum nächsten Training und eventuell vielleicht noch ein 1w1 mit Kugowas ausgemacht haben. Ansonsten 2 Stunden Training. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, da tanzt wieder einer in der Reihe. Sehr gut. Ich hab den Livestream angemacht. Das ist aber schön von dir. Finde ich richtig Erregend? Nein, sage ich jetzt nicht. So, meine Damen, meine Herren. Wer sind die Damen? Sollten Sie noch ein Passwort benötigen, so können Sie das Ganze im TS nachschauen. Wenn ihr da ein Passwort rein ergibt, klickt ins Gesicht. Richtig, mit der Rückhand. Ansonsten Das kann ich schon mal den Tipp abgeben. Wenn ihr raus-tappen müsst, T drücken und dann raus-tappen. Raus-draus-drücken, raus-tappen. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Malerweise kann ich nicht früher... Ist gut. Stell dich in die Linie und halt die Klappe. Ja. So, Leon. Malerweise kann ich noch mal drüber nachdenken. Allerdings sehe ich es nicht ein, euch für einen Scheiß zu belohnen. Dann gehen. Mit dieser positiven Einstellung. Present. Dirt. Abbrechen. Ein Tag erleben, wo es beim Anhieb funktioniert. Present. Dirt. Abbrechen. Fairfreak. Das Ganze ist ein Rechtsblock. Der ganze Befehl wird unterteilt in zwei Silben. Tiert. Auf dem Tiert. Machs recht. Also. Present. Tiert. Ähm. Passwort? Tiert. 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 Aber kann das sein, dass du den Fernkampfmonos drin hast, Firefreak? Nein. Ich hab das schon vorhin die ganze Zeit versucht. Irgendwie, äh, er kriegt der, kriegt der nur langsam hin. Oder er noch nur für kurze Zeit. Dann drück jetzt Escape. Ah. Geh in die Option. Mausempfindlichkeit. Fast bis auf die drei Viertel hoch stellen. Und dann probierst du das Ganze nochmal. Na guck keiner an. Abbrechen. präsentiert abbrechen präsentiert abbrechen präsentiert und das den ganzen abend machen wenn ihr möchtet zeit guck denke ich auch ich habe zeit aber keine geduld ich kann für eine füllstunde aus der schule und ich kann auch von einer halbe stunde von arbeit und schule sage witz gegen arbeit für einen rechtsblock jemand dauerhaft hält muss man die masterste gedrückt halten uns recht nicht aus wenn die masterste antippt ausgedrückt halten abbrechen präsentiert leute abbrechen präsentiert und deswegen nehmen vorher nochmal abbrechen präsentiert mal oder sowas habe ich jetzt mit gezählt herr oberleutnant melde in ein solch gemeldet infanterie mit einer manzer von zehn elf zu eins danke rühren eintreten guten abend männers guten abend schön ja aber so eine katastrophale leistung dessen was die formation betraf auch während des kleinen bettels werden wir das ganze heute unter der führung machen noch mal das ganze aus dem einfachen grund wir machen jetzt so lange formationen bis sie das drauf haben ausnahme die rekruten wenn dies nicht traurig hinkriegen dann verzeihe ich es werde rekruten ihr müsst ja noch lernen aber grundsätzlich diejenigen die hier in garda uniform drin stehen sollten diese beherrschen und solange das nicht funktioniert wird es kein chargen geben es wird keinen nahkampf mehr geben und es wird auch kein schießübung mehr geben solange die formation nicht funktionieren soweit verstanden männer ja 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 der gold links um und der erste der laufen darf abmarsch alles okay kannst wieder rein stellen ist alles gut alles gut du hast alles richtig gemacht gut guck ich übergebe das kommando besten dank der oberland marsch links schwenk marsch rechts auf marsch kehrt marsch rechts auf marsch wir befinden uns immer im fernkampf modus kniet links schwenk marsch links schwenk marsch links schwenk marsch links schwenk marsch abbrechen abbrechen kehrt marsch linie halt rechts oben rechts oben blickt an wir befinden uns immer wir befinden uns immer im fernkampf modus kniet nieder steht auf kehrt um rechts um flinchen lesen zugbold noch schießen musket��려 lacuna moment schwenk frisch der kran das bei 468 468 den zehnmal machen es falsch coole sache so ausgangsrichtung war richtung meint danach kann man ein kehrt um so aufgabe für spezialisten wo ist die blickrichtung richtig nur weil sich beim nachladen nach rechts drehen heißt es dann lange nicht dass sie auch nach rechts gucken oder dass die formation heißt rechts um einfach nur um sie zu schützen während des schießens richtig dann schwenkt auf links vom grundprinzip war das richtig jetzt gestoffelt war auch richtig jetzt ein takt schneller schwenkt auf rechts genau so ungefähr und nicht anders kehrt um was passiert wenn wir irgendwo raus packen habe ich das hat richtig gesehen hast du deren wo ist die allgemeine kommandoseite das sind mir eigentlich zu weniger eigentlich müssen sich alle melden auf die recruiten die sollten sein gut einfach mal ein raus hier am besten ach es gibt auch weil du dich nicht meldest du darfst ja das war meine antwort es geht dort nicht sagen und schon an der seite ist man muss sich immer links anstellen richtig da ist die kommande und in definitiv wo richtig auch wenn es heißt kehrt um dann wechselt die kommandoseite ganz einfach wenn sie wenn ihr jetzt ein kehrt das kommandoseite rechts kehrt um dann wechselt die kommandoseite automatisch und jetzt ist die kommandoseite hier bei firefreak ganz einfach so easy ist das müsst mitdenken männer deswegen konzentration beim training ich kann es nicht so oft ansprechen wie es eigentlich wichtig wäre konzentration und zuhören das sind die hauptaufgaben die macht immer im training bewerkstelligen sollte mehr nicht einfach nur zuhören und konzentration mehr verlangen wir schon gar nicht mehr von euch geert um was das passt vom regimen zu gestern und so deren mei karte gerade irgendetwas von irgendwelchen regeln gelabert wie waren noch mal die infanterie regeln sechs stück an der zahl laguna fangen man alle oder nur einer wir fangen bei eins an und gehen dann langsam runter blockbereitschaft ist die erste regel torin die zweite gegner doppeln den gegner doppeln so körper punkt 3 ja du ja ich bin bei den regeln bin ich ehrlich eine runde abmarsch die rekruten können sich wissen was ist nicht durchgenommen aber der rest der infanterie wie heilig wie zlp das durchgenommen jeden training fast wiederholt ich betone fast in jedem training ja bei der sache war regel nummer drei mit dem team gehen und was kommt noch drei wer weiß es die vier das auch keine duelle eine sache dh aber auch richtig keine duelle ja die rei folge weiß ich nicht nehmen war richtig so weit regel nummer fünf das ist auch nicht das ist zufällig nein also überblick übersicht so und was hätten jetzt alle machen müssen regel nummer sechs pineapple richtig und gegebenenfalls notieren falls euch das nicht merken könnt so die sechs regeln nummer ganz fix einer runterrattern über dieselben aber so erkennt man wenn das ne wer will und wer will nicht ne zwei mann die sich die ganze zeit melden warum weil die zuhören und mitmachen die wollen mehr ich frag mich warum der rest sich hier nicht meldet weil es erst aber auch schreiben will also regel eins ist blocken regel zwei doppeln regel drei mit dem team gehen regel vier keine duelle und überblick und sechs zuhören